Sie qualifiziert sich als viertes Paar für den zweiten, der nur drei Durchgänge, wie gesagt in freier Auswahl der Geräte und um sich fürs Finale der besten drei zu qualifizieren, geht die Rumänin Gabriela Potorac noch einmal an ihr bestes Gerät. Gelingt ihr am Stufenbarren noch einmal eine hohe Note? Hier ließe sich immerhin nur von der Weltmeisterin von Dorte Tümmler bezwingen und zwar mit einem Höchstwert der 10,0. Jetzt gehen 9,8.